Das Imperium schläft niemals. Aber auch ich brauche mal eine Pause. Sommer, Sonne, schönes Wetter. Einfach auch mal ausspannen. Aber wir im ICF machen keine Pause. Wir starten richtig durch mit der nächsten Serie, At The Movies. Gemeinsam wollen wir uns ein paar Filme anschauen und darin göttliche Prinzipien für unser Leben entdecken. Genieß es.